Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir ein spannendes Produkt für alle Gartenliebhaber, den Bosch Rasenmäher Advanced Rotak 750. In diesem Video werden wir uns das Gerät genauer ansehen, alle wichtigen Funktionen durchgehen und herausfinden, ob dieser Rasenmäher die richtige Wahl für dich ist. Los geht's! 1. Allgemeine Produktbeschreibung der Bosch Advanced Rotak 750 gehört zur Premiumlinie der Bosch Rasenmäher und ist für mittelgroße bis große Gärten konzipiert. Mit einer Leistung von 1700 Watt und einer Schnittbreite von 45 Zentimetern ist er besonders leistungsstark und effizient. Ein absolutes Highlight dieses Modells ist die ProSilence Technologie, die dafür sorgt, dass der Geräuschpegel auf angenehme 89 Dezibel reduziert wird. Damit gehört dieser Mäher zu den leisesten Modellen in seiner Klasse. Perfekt, wenn du dich um deine Nachbarn sorgen musst oder einfach nicht zu viel Lärm im Garten haben möchtest. Wenn ihr das Produkt kaufen und testen wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung. Wir haben den besten Angebotspreis für euch herausgesucht. Weitere Informationen findet ihr ebenfalls über den Link. 2. Schnitt- und Höheneinstellungen der Advanced Rotak 750 bietet 7 verschiedene Schnitthöhen, die du einfach per Knopfdruck zwischen 20 Millimeter und 80 Millimeter einstellen kannst. Das macht ihn sehr flexibel und ermöglicht es dir, den Mäher an die Bedürfnisse deines Rasens anzupassen, je nachdem wie lang das Gras ist oder welche Jahreszeit wir haben. Dank der breiten Schnittbreite von 45 Zentimetern kannst du große Flächen in kürzerer Zeit mähen, was besonders praktisch ist, wenn du einen größeren Garten hast. 3. Ergonomisches Design Ein weiteres Merkmal des Advanced Rotak. 750 ist sein ErgoFlex Griffsystem. Diese Griffe lassen sich in verschiedene Positionen einstellen, sodass du eine bequeme Körperhaltung beim Mähen einnehmen kannst. Es reduziert Ermüdung und Belastung der Muskeln. Ideal für längere Mähsessions. Auch das Falten und Verstauen des Mähers ist durch das kompakte Design und die leicht zu handhabenden Griffe ganz einfach. Es spart Platz in deiner Garage oder deinem Schuppen. 4. Grasfangbox und Mulchfunktion. Der Rasenmäher verfügt über eine große Grasfangbox mit einem Volumen von 50 Litern. Das bedeutet weniger Unterbrechungen, um den Fangbehälter zu leeren. Ein klarer Vorteil, besonders bei großen Flächen. Außerdem gibt es eine Mulchfunktion, bei der das geschnittene Gras fein gehäckselt wird, um es als natürlichen Dünger wieder auf den Rasen zu verteilen. Das spart Zeit und versorgt deinen Rasen gleichzeitig mit wichtigen Nährstoffen. 5. Herausragende Features. Jetzt möchte ich auf einige der besonderen Funktionen des Advanced Rotak 750 eingehen. Leaf Collect Funktion. Diese Funktion ist speziell entwickelt, um herabgefallenes Laub beim Mähen einzusammeln. Das ist praktisch im Herbst, wenn der Rasen von Blättern bedeckt ist. ProSilence Technologie. Wie bereits erwähnt, ist die Geräuschreduzierung eines der herausragenden Merkmale dieses Mähers. Er ist bis zu 75% leiser als vergleichbare Modelle, was das Rasenmähen zu einer entspannteren Angelegenheit macht. Leichtgängige Räder. Die Räder sind speziell so konzipiert, dass der Mäher auch auf unebenen Flächen leicht und mühelos zu manövrieren ist. 6. Leistung und Energieeffizienz. Mit seinem 1700 Watt Motor bietet der Advanced Rotak 750 eine beeindruckende Leistung, die auch bei dichtem oder hohem Gras nicht an ihre Grenzen stößt. Dank moderner Technologien ist der Mäher trotzdem energieeffizient und schont sowohl die Umwelt als auch deinen Geldbeutel. 7. Wartung und Pflege. Der Advanced Rotak. 750 ist sehr pflegeleicht. Die Schneideklingen bestehen aus gehärtetem Stahl, was ihre Langlebigkeit erhöht. Regelmäßiges Säubern der Klingen und der Grasfangbox reicht aus, um den Mäher in gutem Zustand zu halten. Auch das Zusammenklappen des Mähers für die Lagerung ist kinderleicht, sodass du keine Probleme haben wirst, ihn über den Winter zu verstauen. 8. Für wen ist der Bosch Advanced Rotak 750 geeignet? Der Bosch Advanced Rotak 750 ist perfekt für dich, wenn du einen mittelgroßen bis großen Garten hast, ca. 7500 Quadratmeter, einen leisen, aber leistungsstarken Rasenmäher suchst, Wert auf ergonomisches Design und einfache Handhabung legst, eine umweltfreundliche Mulchfunktion nutzen möchtest. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Vielen Dank, dass ihr mir in diesem Video gefolgt seid und ich hoffe, dass ihr diesen Beitrag hilfreich fandet. Wenn ihr Fragen habt, dann hinterlasst sie unten in den Kommentaren. Ich liebe es, von euch zu hören. Wenn dir meine Inhalte gefallen, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, um deine Unterstützung zu zeigen und mich zu abonnieren, um mehr informative Reviews zu sehen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns später. Cheers!